Meine Philosophie ist die, dass wir mit Produkten, die wir aus der Region haben, das Beste machen. Und nur mit Produkten, die hier aus der Region sind. Und als ich das gehört habe, dass es eine Zandermastaufzucht gibt, ist für mich klar gewesen, dass wir das probieren werden. Mit dem, was man hier hat, kann man ganz gute Sachen machen. Also ich werde jetzt nicht auf die Suche nach Zander, aber weil sie das jetzt anbieten, war es für mich klar gewesen, dass ich das hier an Bord nehme.